Das bin ich. Und das ist meine Familie. Glass, meine Mom, meine Sister, ja. Und das sind andere Familien, ihre Leben, an die sich Glass unter gar keinen Umständen anpassen will. Wir kriegen übrigens einen neuen in die Klasse. Hübsch sein. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Und was habe ich gesagt? Ich brauche euch beide. Ich kann dich nicht teilen. Will! Ich laufe nicht weg.